Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In dieser Folge zeige ich Euch zur Abwechslung mal wieder ein Kuchenrezept. Und zwar gibt es heute einen schnellen Apfelbecherkuchen. Das Besondere an diesem Apfelkuchen ist, dass Ihr die Zutaten nicht abwiegen müsst, sondern einfach nur mit einem Becher abmessen könnt. Da die Zubereitung des Teiges wirklich sehr schnell geht und er zügig gebacken werden muss, bereite ich als erstes die Äpfel vor. Für Apfelkuchen nehme ich am liebsten etwas säuerliche Äpfel. In diesem Fall je 2 Äpfel der Sorte Elster und Boskop. Die geschälten und in Scheiben geschnittenen Äpfel bewahre ich bis zur Verwendung in einer Vorratsdose im Kühlschrank auf. Als nächstes heize ich den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor und dann bereite ich auch schon den Teig zu. Hierfür nehme ich als erstes 250 g Schlagsahne. Die gebe ich schon mal in die Rührschüssel, denn den Sahnebecher benutze ich gleich noch zum Abmessen der anderen Zutaten. Aber vorher spüle ich und trockne ich den Becher noch gründlich ab, damit das Mehl und der Zucker nicht daran kleben bleiben. Wer möchte, kann für dieses Rezept aber auch ein 250 ml fassendes Glas oder auch einen amerikanischen Cup verwenden. Zu der Schlagsahne gebe ich jetzt 1 Becher Zucker, 4 Eier und 1 Päckchen Vanillinzucker und mische die Zutaten gründlich durch. Für den Kuchenteig brauchen wir jetzt noch 2 Becher Mehl. Anders als beim Zucker, bei dem ihr auch weniger nehmen könnt, ist es beim Mehl wichtig, dass ihr das Mehl locker bis über den Rand des Bechers einfüllt und den Überstand abstreift. Ansonsten kann es sein, dass ihr entweder zu viel oder zu wenig Mehl benutzt und der Kuchen nicht weich und locker wird. Jetzt gebe ich noch 2 Teelöffel Backpulver und eine Messerspitze Zimt hinzu, frühere die Zutaten noch mal gründlich durch und dann ist der Teig auch schon fertig. Den Teig fülle ich dann in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, streiche die Oberfläche glatt und verteile darauf die vorbereiteten Apfelscheiben. Den Kuchen backe ich nun im vorgeheizten Teig. Backofen für etwa 15 Minuten und bereite in der Zwischenzeit den Belag zu. Hierfür nehme ich 125 g Butter, das ist in etwa eine halbe Packung. 1 Becher Zucker und 2 Esslöffel Honig, damit die Mandelschicht gut auf dem Kuchen haftet und beim Schneiden nicht abfällt. Jetzt kommen noch 4 Esslöffel Milch zu und dann wird die Mischung beim Mischung mittlerer Hitze unter ständigem Rühren so lange erwärmt, bis der Zucker vollständig aufgelöst ist. Zum Schluss mische ich 300 g Mandelblättchen unter die Karamellmasse und verteile die Mandelmischung auf dem noch nicht ganz durchgebackenen Apfelkuchen. immer nocheinander. ępstern fletzige herb für ZEW Der Kuchen kommt nun für weitere 15-20 Minuten in den Backofen bis er vollständig durchgebacken ist. Da jeder Backofen etwas anders backt, solltet ihr nach 10-15 Minuten unbedingt eine Stäbchenprobe machen. Das Rezept für diesen Apfelkuchen könnt ihr beliebig abwandeln, indem ihr zum Beispiel einen Teil des Mehls durch gemahlene Nüsse ersetzt oder Schokoladenstücke in den Teig gebt. Die Variante für einen einfachen Becherkuchen mit Mandeln findet ihr auch auf meinem Kanal. Den Link dazu füge ich Euch unten in die Videobeschreibung. Und so sieht der Kuchen aus, er ist locker und luftig und schmeckt ganz vorzüglich. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe auch dieses Rezept hat Euch gefallen. Wenn Ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Und wenn Ihr es bisher noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr meinen Kanal kostenlos abonniert und auch das Glöckchen aktiviert, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!